Das grüne Ungeheuer ist ein Roman von Wolfgang Schreier aus dem Jahr 1959. Er wurde 1962 von Rudi Kurz für den DFF verfilmt. Hintergrund der Handlung ist der 1954 von der CIA organisierte Sturz des guatemaltekischen Staatspräsidenten Jakobo Abens-Gutzmann im Rahmen der Operation CXS bzw. Operation PBSUCCESS. Der Roman gilt als eines der auflagenstärksten Werke der DDR-Literatur. Das Buch wurde unter dem neuen Titel Der grüne Papst bis 1986 siebenmal neu aufgelegt. 2000 erschien in Rostock eine überarbeitete Fassung unter dem alten Originaltitel Das grüne Ungeheuer. Entstehungsgeschichte Die Entstehungsgeschichte ist bislang unbekannt. Nach eigenen Angaben verfasste Schreier seinen erfolgreichsten Roman offenbar Anfang 1959 in nur acht Wochen. Gestand sich selbst im Nachhinein aber trotz aller positiven Kritiken gewisse Schwächen in der Darstellung lateinamerikanischer Verhältnisse ein. Das Titelbild der ersten Ausgabe trägt noch den Hinweis, Tatsachenroman, der in der Neuauflage von 1961 fehlt. Tatsächlich ist der Haupterzählstrang fiktiv, aber eng verflochten mit den realen Vorgängen in Guatmaler im Juni 1954. Kurzinhaltsangabe und Handlungsaufbau Die insgesamt 93 Kurzkapitel tragen oftmals Überschriften in Anlehnung an Film oder Buchtitel oder verfremden diese ironisch. Der dritte Mann Kapitäne bleiben im Heck Früchte des Zorns Saat der Gewalt Wolf unter Wölfen oder Bauern Bonzen und Bomben Sowohl der Buchtitel als auch die Kapitelüberschriften suggerieren dem Leser bewusst Abenteuer und Spannung. Der Ich-Erzähler Von dem der Leser nie seinen wahren Namen erfährt und von dem er lediglich weiß, dass er während des Zweiten Weltkriegs unter Offizier bei der deutschen Luftwaffe war, gerät in Savanna in eine Falle einer jungen Frau, die droht, ihn wegen einer von ihr vorgetäuschten Vergewaltigung anzuzeigen. Er findet auf der Flucht vor der Polizei Hilfe bei einem alten Bekannten Steve Baxter, den er aus Augsburg aus der Nachkriegszeit kennt, wo beide im Schwarzmarktgeschäft tätig waren. Baxter war seinerzeit Küchenbulle bei der United States Army. Steve stellt den Kontakt zu Don Miguel her, einem dubiosen Geschäftsmann, der dem Erzähler einen gefälschten mexikanischen Pass auf den Namen Antonio Morena übergibt. Morena wird dafür als Pilot bei Don Miguel eingestellt. Wie sich schnell herausstellt, arbeitet Morena nun für die Green Monster Bande Das Grüne Ungeheuer eben. Die US-amerikanische United Fruit Company, die weite Teile Zentralamerikas direkt oder indirekt beherrscht. Der Begriff scheint von Schreyer selbst zu stammen. In Zentralamerika wurde die UFC in der Regel ironisch als El Pulpo, der Krake, bezeichnet. Morenas Auftrag besteht in der Entführung eines guatemaltekischen Intellektuellen, dem Journalisten Dr. Luis Guerra und seiner Tochter Isabel, genannt Shebelita. Dadurch soll beim Überfall auf Guatmala der Kommandant des Hafens Puerto Berrios Major Guerra, der Bruder Dr. Geras dazu gezwungen werden, die Stadt den Invasoren auszuliefern. Doch aufgrund der Gespräche mit Dr. Guerra und Shebelita beginnt Morena, seine Teilnahme an dem Staatsstreich zu überdenken. Er flieht mit Shebelita durch die Fronten, wird verhaftet, befreit sich durch einen Bluff und gelangt schließlich in die Hauptstadt Guatemala-Stadt. Doch inzwischen ist die Regierung abends gestürzt. Der Versuch, in der mexikanischen Botschaft Asyl zu bekommen, scheitert. Zum Schluss gelingt es Morena, Shebelita und ihren Vater auf den Luftwaffenstützpunkt zu schmuggeln und mit einem gekaperten Flugzeug nach Mexiko zu fliehen, wo Dr. Guerra eine progressive Zeitung gründet, in der Morena nun mitarbeitet. Inhaltsangabe Der unbekannte Erzähler wird in Savannah Opfer einer Falle. Ein junges Mädchen namens Joan gabelt ihn in ihrem Cadillac auf der Straße auf und verführt ihn zu einer Affäre. Tatsächlich beabsichtigt sie ihn wegen versuchter Vergewaltigung anzuzeigen, dann zu heiraten und bei der Scheidung auf eine hohe Abfindung zu klagen. Zwar gelingt ihm die Flucht aus dem Hotelzimmer, doch die Polizei fahndet nach ihm. Er sucht und findet seinen alten Freund von Augsburger Schwarzmarktgeschäften der Nachkriegszeit, Steve Baxter. Baxter verspricht Hilfe. Umgehend stellt er den Kontakt zu einem dubiosen Geschäftsmann her, Don Miguel. Dieser verschafft dem Erzähler einen gefälschten mexikanischen Pass auf den Namen Antonio Vasquez Morena, Gap. 1925 in Mexiko. Doch der Preis für Morena ist hoch. Er wird als Pilot für die Green Monster Bande, wie Baxter sie nennt, angeheuert. Sein erster Auftrag ist die Entführung von Dr. Luis Guerra, einem guatemaltürkischen Journalisten, und seiner Tochter Isabel, genannt Cebelita. Sie fliegen mit Baxter und Morena als Pilot scheinbar von Florida nach Guatemala. Tatsächlich ist der Flug getürkt und die Maschine landet auf der Dolchinsel vor Hondurans, wo bereits ein Empfangskomitee der Bande bereitsteht. Morena glaubte bislang, für eine kriminelle Organisation zu arbeiten, doch stellt er nun fest, dass er Teil eines politischen Unternehmens ist. Die United Fruit Company plant zusammen mit der CIA und der US-Regierung den Sturz der Regierung Abends in Guatemala, die sich für Landreformen einsetzt, die dem Konzern schwer schaden. Dr. Guerra spielt eine Schlüsselrolle in dem geplanten Krieg. Durch Erpressung soll sein Bruder, der Major Guerra, Hafenkommandant von Puerto Berrios, gezwungen werden, die Stadt beim Überfall ohne Kampfhandlungen an die Invasoren zu übergeben. Von der Dolchinsel aus machen Baxter und Morena mit einem alten amerikanischen Schnellboot, der Estrella Fugaz, eine Fahrt nach Puerto Berrios und holen dort führende Offiziere für den Stadtstreich ab. Der Leser erfährt hier in Exkursen einiges über moderne Piraterie und die Mord AG als Teil des amerikanischen Gangsterwesens. Zurück auf der Dolchinsel erfährt Morena, dass Steve eigentlich der Leibwächter von Don Miguel ist. Dieser ist tatsächlich der ehemalige guatemaltäkische General Miguel Udigoras Fuentes. Fuentes ist der eigentliche Kopf der Invasion. Von ihm stammt auch der Plan der Entführung Geras. Da der General weiß, dass Guerra selbst unter schwerster Folter nicht bereit wäre, seinen Bruder zur Aufgabe von Puerto Berrios zu bewegen, entwickelt er einen perfiden Plan. Einer seiner Offiziere soll Schäbel-Liter vergewaltigen, um Guerra unter Druck zu setzen. Da die übrigen Offiziere alle betrunken oder impotent sind, entschließt sich Morena zum Schein dazu. Gemeinsam mit Dr. Guerra und Schäbel-Liter gelingt es Morena Fuentes zu täuschen. Dr. Guerra schreibt, angeblich durch die Vergewaltigung seiner Tochter erschüttert einen Brief an seinen Bruder, indem er ihn dringend bittet, die Stadt den Invasoren kampflos auszuliefern. Doch durch ein Geheimzeichen, das nur ihm und seinem Bruder bekannt ist, dreht er die Botschaft des Briefes in sein Gegenteil um. Puerto Berrios soll in jedem Fall verteidigt werden. Morena fliegt nun mit Fuentes in die honduranische Hauptstadt Tegucigalpa. Dort befindet sich das eigentliche Hauptquartier der Invasoren. Hier lernt Morena auch Oberst Castillo Amas kennen, den militärischen Führer der Invasion. Wirkt Fuentes wie ein Operettengeneral, so macht Amas einen kompetenten militärischen Eindruck. Hat aber auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Adolf Hitler. Chebelita wird nun zu ihrer eigenen Sicherheit in einen Burschen des inzwischen zum Hauptmann beförderten Morena verwandelt und heißt nun Jose Barillas. Bei einem Anschlag auf Fuentes, offenbar von seinem Konkurrenten Amas inszeniert, wird Baxter erschossen, während der General nur leicht verwundet wird. Nach dem Einmarsch der Invasoren schlägt Amas in Esquipulas sein neues Hauptquartier auf. Morena und Chebelita werden bei einem deutschen Kaffeepflanzer, Hardenberg, untergebracht, einem konservativen deutschnationalen, der ihnen erklärt, wie im Zweiten Weltkrieg auf Druck der USA die deutschen Anlagen in Guatemala verstaatlicht wurden. Unabhängig davon begrüßt auch Hardenberg den Sturz der Regierung Abenz. In dieser Episode erfährt der Leser einiges über die neuere Geschichte der Dominikanischen Republik und ihres Präsidenten Rafael Leonidas Trucello. Molina. Morena wird nun als Pilot gegen die Regierung eingesetzt. Zwar gelingt es ihm mehrmals mit Hilfe von Täuschungen, die Angriffe ins Leere laufen zu lassen, doch er erkennt nun, dass eine Entscheidung getroffen werden muss. Er entschließt sich zur Flucht mit Chebelita ins Gebiet der Regierungsstruppen. Auf der Flucht in den Urwald vergisst Morena jedoch das Abzeichen der Befreiungsarmee, von seiner Uniform zu entfernen. Als sie in Chikimula auf Regierungsstruppen treffen, schlagen ihn die Soldaten zusammen. Beide werden verhaftet und zum Kommandanten, Oberst Gusano, gebracht. Morena erkennt Gusano wieder. Er war elf Tage zuvor an Bord der Estrel Fugaz. Gusano arbeitet heimlich mit den Aufständischen zusammen. Morena setzt alles auf eine Karte und wagt einen großen Bluff. Er sei heimlicher Abgesandter von Major Reis, dem Chef der Rebellen Luftwaffe, und mit einem Sonderauftrag für die Regierung Abenz in die Hauptstadt unterwegs. Gusano glaubt ihm und schickt ihn und Chebelita mit einem Begleitkommando unter Kapitan Kruzfa in die Hauptstadt. Doch der PKW, mit dem sie starten, strandet in einer Furt und sie müssen per Eisenbahn weiterfahren. Unterwegs wird der Zug von Invasorenflugzeugen bombardiert. Zu Fuß erreichen sie alle die Hauptstadt und nehmen Quartier im Palace Hotel. Kruzfa versucht Kontakt zum neuen Präsidenten Diaz aufzunehmen, doch dies misslingt. Als sie sich alle zur amerikanischen Botschaft begeben, stellen sie fest, dass US-Botschafter John Emil Poirifoy soeben den Machtwechsel eingeleitet hat. Diaz ist zugunsten von Monson, einer Marionette der UFC, zurückgetreten. Zurück im Hotel entschließen sich Mourna und Chebelita erneut zur Flucht. Während eines schweren Gewitters seilen sie sich aus dem Hotelzimmerfenster ab und gelangen in das Haus der Guerras, das inzwischen von der Polizei durchsucht wurde, aber leer steht. Kurz darauf trifft auch Dr. Gera ein, er hat sich selbst aus der Gefangenschaft von Fuentes befreit und nach Guatemala durchgeschlagen. Die letzte Hoffnung der Flüchtlinge ist nun die mexikanische Botschaft. Dort angekommen, ist der Empfang zwar freundlich, aber der Botschafter warnt vor einem Aufenthalt. Die neue Regierung akzeptiert nicht immer das Asylrecht und fordert die Herausgabe besonders prominenter ehemaliger Regierungsmitglieder. Mourna sieht nur noch eine Möglichkeit. Er versteckt Dr. Gera und seine Tochter in einem PKW und schleust sie auf La Aurora International Airport. Im Durcheinander der Machtübernahme der neuen Herrscher gelingt es ihm, ein Flugzeug zu kapern und seine Begleiter nach Mexiko auszufliegen. In Mexiko angekommen, eröffnet Dr. Gera eine kleine Zeitung. Mourna wird nun seine Recherche. Im Nachwort wird der Roman als Tatsachenbericht bezeichnet. In Berichtsform wird die Geschichte Guatmalas bis zum Februar 1958 dargestellt. Hintergrund Schreiers Tatsachenroman verknüpft geschickt eine frei erfundene Haupthandlung mit den realen Vorgängen in Guatmalar vermutlich stützten sich. Schreiers Recherchen größtenteils auf die westliche Berichterstattung. Durch den deutschen Hintergrund der Hauptfigur Mourna machte Schreier den recht exotischen Schauplatz seines Romans dem deutschen Publikum. Schmackhaft. Die Hauptfigur ist sichtlich an den Autor angelehnt sowohl vom Lebensalter als auch der Tatsache, dass Schreier Offiziers Anwärter bei der Luftwaffe war. Der fiktive Mourna trifft mit allerlei realen Protagonisten des CA-Coups zusammen. General Udigoras Fuentes, Oberst Castillo Amas, dem amerikanischen Starrjournalisten Hummer Bigat, Oberst Dias und US-Botschafter Poirifoy. In die Handlung eingeflochten sind oftmals Exkurse zur guatemaltäkischen Geschichte oder den Beziehungen der USA zu den Staaten in Zentralamerika und der Karibik. Auffällig ist, dass guatemaltäkische Kommunisten, deretwegen die Invasion eigentlich stattfindet, überhaupt nicht in Erscheinung treten. Dr. Gera ist zwar links und unterstützt die Landreform, scheint jedoch kein Mitglied der guatemaltäkischen Arbeiterpartei, der kommunistischen Partei Guatemalas zu sein. Der Protagonist keineswegs zufällig ein Deutscher, der durch und nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem bürgerlichen Leben geworfen wurde, macht eine klassische dramaturgische Entwicklung durch. Vom Täter entwickelt er sich zum eher unbeteiligten Beobachter, bis er selbst eine neue Position übernimmt und aktiv eingreift. Schreier vermeidet dabei jede oberflächliche Propaganda. Theoretisch hätte der Roman auch in Westdeutschland von einem Westdeutschen geschrieben werden können. Allerdings wurde auch dieser Roman schon 1962 in der DDR in Lizenz publiziert. Das grüne Ungeheuer blieb Schreiers erfolgreichster Roman. Die Thematik Lateinamerika ließ ihn ab diesem Zeitpunkt nicht mehr los. In der Adjutant schildert er die Ermordung des dominikanischen Diktators Raphael Leonidas Trucello Molina im Jahre 1961. Dieses Werk wurde noch 1971 vom DFF als Dreiteiler unter demselben Titel und unter der Regie von Peter Deutsch verfilmt. Ausgaben Wolfgang Schreier Das grüne Ungeheuer Berlin-Ost 1959 Wolfgang Schreier Der grüne Papst Berlin-Ost 1961 Aufl 1986 Wolfgang Schreier Das grüne Ungeheuer überarbeitete Neuauflage Rostock 2000 Auflcreatte Neuauflage Rostock 2000 Mit der Diplomation Schreier Der grüne Ungeheuer überarbeitete Neuauflage Rostock 2000